Oh mein Gott, 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 es wurden neue Pokémon-Editionen angekündigt, genau heute, vor einer Stunde. Endlich kann ich dieses bekackte Ding hier auf den Mond schießen, anzünden und weiß ich was damit machen. Ich kann jetzt endlich die dritte Gen auf meinem 2DS in 3... nein, nicht in 3DS spielen... Aber Leute, ey, wenn ihr jetzt Bock habt, die dritte Gen endlich mal in neuer, verbesserter, geiler Grafik zu sehen und noch keinen 2- oder 3DS habt, kauft euch erst einen 2- oder 3DS. Ihr habt noch bis November Zeit und dann kauft euch jetzt die Remakes von Rubin und Saphir oder bestellt ihr euch vor, sobald es geht. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott.